Ja, hallo Leute, hier ist wieder Thorsten und ich habe hier heute einen Supermodel dabei, die schwimmt aber gerade weg, die hat sich hier einen Swim Suite geschmissen. Hallo, hier wo war der Model? Ah, hol mal das andere Model hier. Natürlich ein Ersatzmodel, weil ich weiß, dass sie immer ein bisschen zickig sind. Hier ist das andere und ich habe hier auch eine Vollformat-Kamera, also Mittelformat-Kamera, die Sony. Und ja, mit meinem Model muss ich natürlich jetzt noch gucken, dass ich da ein bisschen klarkomme. Also die hören schlecht, das ist das Problem. Und ich habe die Namen auch vergessen. Also fotografiere ich einfach mal drauf los und dann könnt ihr gucken, wie das so geht. Also mehr Zoom habe ich nicht, das ist auch gut so, weil sonst würde man ja voll ans, würde man hier voll an, also wirklich die Ente hier, unser Model, wirklich voll voll im Bild haben. Wollen wir ja nicht, ne? So, jetzt habe ich hier die Ente natürlich mittig ins Bild gesetzt. Sag mal Einstellungen, Digga. Genau, Einstellungen habe ich hier, ein 160. ISO 100 und Blende 7.1. Wie viele Sekunden 160? Wenn schon nicht die Werbe sich flott dafür. Die sind ja schon so Ferrari-mäßig unterwegs. Ja, schon. So, jetzt habe ich hier natürlich noch schönes Boot im Hintergrund, ne? Das nehme ich mit drauf und die Ente war jetzt voll in dem Schein hier vom Boot. Sieht man das so? Ja, ja. So, und ja, hier kommt noch neuer Besuch irgendwo. Also die Models sind heute ein bisschen zickig, klappt nicht immer so, ne? Aber vielleicht gehen wir einfach noch weiter und dann zeige ich euch, wie das so mit anderen Sachen funktioniert. Vielleicht probieren wir nochmal wieder oder wir finden noch neue. Ja. Hi Leute, hier ist wieder der Thorsten und in diesem Video geht es um Gone Girl. Und zwar wird es jetzt hier einen neuen Channel geben zum Thema Filmkritiken. Ne Quatsch, aber wir haben den Film gerade geschaut und ich muss sagen, ich fand ihn wirklich sehr cool. Also auch so vom Dreh, vom Film, ja, also vom Schnitt, von allem. Und, äh, also es ist kein so typischer amerikanischer Thriller, wie ich ihn jetzt so sonst kannte. Und, äh, ist wirklich zu empfehlen. Dauert zweieinhalb Stunden oder so. Ja. Aber es ging sauschnell rum und, ja. Also guckt ihn euch an, falls er überhaupt noch läuft, wenn das Video online geht. Aber, also ich fand ihn wirklich gut. Ich steige euch an, falls los ihr wisst. Her ist never in Heavensland unterdenlich. Ich will jamais selbst drinks, bin ich schnell selber mögliche. Dannuli zu endlich einmal hin. Wirbel Palast Comics. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020